Es ist wieder soweit Gamescom 2015 und ich bin sehr gespannt wer diesmal alles so hier auf der Messe unterwegs ist. Glaubt wird ganz gut werden. Ist das hier so der offizielle Liegebereich? Kann schon sein. Wo kriegt man diese abgefahrene Mütze her? Die hatte ich letztes Jahr hier auf der Gamescom gekauft. In welchem Spiel ist das? Das ist aus One Piece. Ihr gehört nicht zueinander? Nein. Es ist ja ganz wichtig, dass man da mit ein bisschen Einfühlungsvermögen auf die Leute eingeht. Achso. Hallo. Hallo. Alkohol oder müde? Müde. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Tut mir leid. Aber gegessen hast du, ne? Ja, danke. Wasser hast du auch und so. Ja, alles gut. Läuft alles klar. Sorry. Gehört sie auch zu dir? Was? Nee, keine Ahnung. Läuft hier. Läuft bei den Leuten. Jetzt sag mal so. An der Nummer hätte Bill Cosby seine ganze Freude. So. Ich kann eigentlich nur Fotos mit Leuten machen, wo man das Gesicht einigermaßen drauf bekommt. Aber gut. Ja. Sag mal so, für ein Selfie wird jetzt eng. Aber mach mal. Alles klar. Warte. Geht gerade noch so. Wie groß bist du? Ja, 1,98. Und du? 2,6 Meter sind nur 8 Zentimeter. Verstehe. Was hast du noch morgens gefrühstückt? Oder was ist der Unterschied? Ich esse mehr Salami wie du. Das muss es wohl sein irgendwie. Ja, sehr gut. Also, viel Spaß. Muss ich noch irgendwas sehen? Gibt es irgendeinen Stand oder irgendwas, wo du sagst, da musst du hin? Auf jeden Fall. Du musst auf jeden Fall zu Blizzard. Um 18 Uhr. Heute ist die World of Warcraft World Premiere dort. Halle. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Halle, aber die ist hier hinten irgendwo. Kannst du mir mal ganz kurz sagen, da hinten irgendwie, ob es sehr voll ist, weil das erkennst du besser und ob ich dann durchkomme? Also, ich sehe über alle drüber. Ja, noch geht's, noch geht's. Ah, da ist sie ja. Ja, das ist meine Schwester. Wie alt bist du? 15. Ciao. Wie sieht das eigentlich aus auf der A3 Richtung Düsseldorf? Ist da Stau oder geht's da gerade? Ja, warte. Ich guck gerade mal. Ne, da geht's gut. Alles klar. Gut, danke schön. Das wollte ich nur wissen. Danke. Viel Spaß noch. Ciao. 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 Hallo. Warst du nicht mal im Dschungelcamp? Früher, ja. Du warst im Dschungelcamp, ne? Genau, genau. Jetzt bin ich ja als DJ unterwegs und Schmuckdesign und solche Sachen und sowas Zeit. Stubstep und so, gell? Ja, das war auch ein Riesenerfolg von mir. Hier. Das war noch Zeit, ne? Früher, als ich noch beim richtigen Fernsehen war, jetzt Tele-Luzern. Mehr ist es nicht mehr halt. Ich erzähl gerade den Kindern von den guten alten Zeiten, als man nur mit dem EB-Team und Ton unterwegs war und RTL und so. Jetzt ist Tele-Luzern. Mehr ist es halt auch nicht mehr. Wie viele Leute kann man hier töten bei dem Spiel? Ich weiß auch nicht. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das Spiel wirklich haben möchte. Jetzt kommen wir in einen Bereich, der natürlich, also, da möchte ich eigentlich nichts mit zu tun haben. Draußen und Sonnenlicht. Aber gut, wir probieren es einfach mal. Ja. 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 Ja.